Pikachu! Pikachu! Ey! Warum kann ich die rot nehmen? Weil ich rot bin. Ich bin jetzt mal der Hahn. Im Korb. Rock! Rock! Pikachu! 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 Ey, Axel. Ich darf walking. Wieso? Halifonnie. Jawoll! Warum mach ich denn so ne Scheiß? Hilfe! Halt dich einfach fest. Hilfe! Nein! Ja, genau, Gabe. Mach das mal. Was soll ich da unten machen? Ich hatte nichts zu tun. Ich wollte das mal sehen, wie der Fahrsteller steht. Was kann man denn da unten machen? Im Fahrsteller. Du kannst dich auch bloß den Luka aufmachen. Ja, aber wie geht das? Ach, das geht? Was ich da oben mache? Wieso mach ich denn? Hä? Ich halt nicht fest. Ganz sehr streng. Oh, krasser Safe. Ja, ne? Ah, mich genauso überrascht für dich. Also so lauf ich rum, hat 10 Schnaps, Alter. Ja. Nein! 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 Keep ihn! Nein, wieso kann ich ihn nicht? Nein! Hey! Ja! Pikachu! Pikachu! Ja, los! Nein! Blau! Blau! Was soll die Scheiße? Blau! Ich wollte mich irgendwo festhalten! Scheiße! Warte, bis der andere Fahrsteller kommt. Idiot. Ja! Ich dachte, das geht auch so. Man, ich wollte eigentlich 3 Leute mitnehmen, weil ich glaube ich die Karte kurz mache, aber... Das ist immer die beste... Axi... Oh, Mutti, Mutti! Nein! Axi, ich höre auf! Nein! 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 Nein, liegt da! Gelb, dieser... Oh! Ey, wie können die so hier dann greifen? Ich weiß ja, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Du drückst dann nur Y, oder was? Ja, ich mach beide und dann drückst du doch noch... Beide! Was bei euch Y? Oh, gut. Bei dir dreiecks kurz ist doch... Also... Nein, also... Ach so. Na hochhegst du hoch. Komm, schuldigung! Hier! Ja! Ja! Nee! Oh, nicht schlecht! Nee! Moin! Oh, tschüss! Toll, ich hab extra meinen Arsch gezeichnet! Du wolltest doch, dass ich komme! Ja! Also! Ich hab immer die beste Solo-Position, weil ich einfach hier... Und ich hab's... Oh! 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 Fuck! Feist, ey! Das war da scheiße! Fuck! Wir hatten ein Leben mehr! Das ist nicht gut! Okay, mach kurz den Punkt, ey! Nein! Du kannst dich in den Wänden festhalten, sicher! Das hatte ich gerade nämlich vormachen! Ey, du... Du bist... Du machst echt... Das leuchtet du! Der Sound ist doch so mega geil! Und dann putzt! Alter! Was war das denn? Echt, ja? Willi, mach sie kaputt! Jetzt krieg ich schnell! Fuck! Er ist wieder mit dem Kopf aufs Geländer! Ja! Warum hast du das noch? Oh, wie geil! Dann passiert nichts mehr! Alarm war's gut! Er schwingt auf die anderen Seite mit dem Kopf aufs Geländer! Und dann... Ja, blau! Dann für alle verlieren! Hä? Dieses Hühnchen da! Nee, alter! Lass dich mit! Oh! Oh, nein! Nein! Unentschieden! Unentschieden!